Hallo und guten Tag. Die diesjährige Aktion, Rücksicht auf Kinder kommt an, hat das Motto Kindersitze, Kinderrückhaltesystem. Häufig werden Kinder im Auto transportiert mit einem solchen Sitzen. Oder wenn es etwas sicherer sein soll, werden Sitze dieser Art verwendet. Da sind immerhin schon zwei Hörnchen dran, die den Sitz in der Position halten, wo er bleiben soll, wenn es zu einer extremen Situation kommt. Beiden Sitzen fehlt aber etwas ganz Entscheidendes, nämlich der Seitenaufprätschutz. Den bieten Sitze dieser Art. Hier ist das wie ein Airbag für den Kopf des Kindes bei einer extremen Situation, von der wir hoffen, dass sie nie eintritt. Die aber eigentlich sicherste Variante, ihr Kind zur Schule zu bringen, ist doch ganz auf das Auto zu verzichten. In diesem Sinne, fahren Sie vorsichtig, bleiben Sie gesund, Ihre Polizei Hamburg. Geben, Geben, Geben. Geben. Geben.